Okay, Aufnahme läuft. Willkommen zu einem neuen Part. Eure Levels bei Maramaker. Heute spielen wir ein Level von Fire Engine LP. War, glaube ich, der Name. Und hier heißt es, der Felix Crane Game. Ach du Scheiße. Okay. Hier geht's ab. Schon. Achso, und jetzt bringt der mir random Items, oder wie? Lol. Ja, Blumen befestigen sich halt da, ne? Aber vielleicht nimmt er auch irgendwie Sterne daraus, oder Pilze, die da rumhüpfen. Ja, 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 komm. Ah, der Stern wäre da beinahe, und der Pilz ist da noch rausgeflogen. Aber jetzt habe ich zwei Blumen bekommen. Das ist ja mal eine lolige Idee. Es ist einfach Items rauskommen. Ja, hier braucht man sogar eine Blume, die man dann wieder verliert. Nein! Ach du Scheiße, hier muss man ja aber schnell sein. Lol. Warte. Ich trau mich nicht. Ja, als ob das geklappt hätte, Mann. Lol. Aber irgendwie ist es halt auch eine geile Idee, ne? Oh, die Sterne. Oh, nee, da kommen sie alle. Nicht mit... Geht denn das? Oder hat er einfach nur gespannt? Das ist halt jetzt die Frage, so. Okay, ich muss mich beeilen. Jetzt hier noch hochkommen. Ah, man kann ja vielleicht noch links gehen. Was ist denn da? Ja. Mane-Game halt, ne? So. Ich kann das hier auch ein bisschen beeinflussen. Scheiße. Ja, daran hat er nicht gedacht, oder? Ja, super. Okay. Da muss ich sagen, das ist eine Sache, die hätte er bedenken müssen. Und er hätte ja vielleicht hier drunter noch Steine setzen sollen. Ja, das hätte funktioniert. Weil so funktioniert das nicht, und... Das packt halt alles, ne? Dass ich hier auslösend irgendjemanden kille. Lol. Oh, geil, die roten Koopas glitschen sich... Die kommen ja alle da drauf, weil sie roten Koopas sind. Cool. Komm, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wer kommt jetzt alles mit? Zwei Käfer. Zwei Käfer. Ah, okay, der fällt nicht runter. So. Na, nice. Und ich glaube, hier kann ich einfach... Ja. Okay. Das kommt jetzt. Kann ich das auch irgendwie... Ja, ein bisschen. Okay, ganz verrückt hier. Ja, ich brauche Pilze. Oder Yoshi? Warum blinkt der... Warum blinkt der... Warum blinkt der Pilz? Hä, warum war denn der jetzt weg? Alles klar. Warum? Nein, lol. Oh, da kam ja noch ein Kettenhund, ey. Ja, Yoshi ist das Beste, was ich hätte bekommen können eigentlich. Ich darf es jetzt halt nicht verscheißen. Den Sprung. Ach, du Sche... Nein, das darf... Das darf... Ah, ich kann jetzt zurückgehen. Oh Gott. Das ist ja gar nicht so einfach, weil ich berühre ja noch mit Mario halt die Stachelscheiße da. Ich frage mich aber, warum der Pilz am Blinken war. War das ein Bug? Ich weiß es nicht. Guck mal, die Pilze fangen an zu blinken. Warum das denn? Was ist das denn? Kenn ich gar nicht. Null. Okay, keine Kettenhunde. Yay! So. Ich könnte jetzt sagen, das dauert mir zu lange, aber die Idee an sich ist halt eigentlich ziemlich cool. Okay. Das ist ein bisschen scheiße, dass... Dass man halt nicht sieht, dass da oben noch was ist. Da kann man doch nix wieder dann, wenn man da getroffen wird, ey. So. Ich kille ja die ganzen Kettenhunde einfach, weil ich cool bin, weil ich cool bin, weil ich cool bin. Ich brauch die doch nicht. Komm schon, ich will den umbringen. Ja, damit kann man sich ein bisschen die Langeweile vertreiben, um die Kettenhunde umzubringen, ne? So. Okay. Ja, guck mal. Ach, das ist wohl absichtlich so. Ach so. Okay, erst nix. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo ein Block, wo irgendein Eis im Drinnen ist. Das ist mal ein bisschen knapp. Cool. Ich lass den erst mal da stehen. Jackpot. Ach so, warte. Dann lass ich den noch nicht da stehen. Weiß ich ihn jetzt aus, was ihn geworfen ist? Boom. Oh, shit. Jackpot. Ach du Scheiße. Musst du doch so springen. Jackpot. Lol. Okay. Das war mal lol. War, glaub ich, nicht gewollt, dass man das Ding noch mitnimmt. Ja, die Idee war ganz gut. Ein Tal hat mich halt, äh, eine Sache geschüttelt, dass man das nicht gesehen hat und da auch eventuell runterfallen konnte, weil man halt getroffen wird und Yoshi verliert. Aber ansonsten war das ein ziemlich gutes Level. Kriegt auf jeden Fall von mir einen Stern. Hat mir gefallen. Ja. Ach du Scheiße, guck ich mir das da unten an. Jo, dann, äh, bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute und bis zum nächsten Port. Tschüss.